Seid gegrüßt, liebe Zwillinge. Seid ihr gespannt, was das Sonnenjahr euch bringt? Na dann hört einmal. Uranus bietet den Zwillingen 2017 die Möglichkeit zu Veränderungen. All dies, was war und bisher nicht gepasst hat, lohnt sich zu ändern. Saturn mahnt jedoch vor Konsequenzen, wenn man etwas schleifen lässt. Darum nicht aufgeben, sondern das Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten. Paare haben im Januar noch einige Konflikte zu bewältigen, was ihre Harmonie stören kann. Es geht also auf und ab in ihren Beziehungen. Der Mars bringt die Leidenschaft mit steigender Tendenz. Im Beruflichen werden dich im Februar und im März gute Gespräche zum Erfolg bringen. So schaffst du es, Ende April bis Juni mit der Unterstützung von Mars und deinen guten Organisationsgeschick sowie kühlen Überlegungen zu überzeugen. Bei Vertragsabschlüssen solltest du genau hinschauen und das Kleingedruckte beachten. Ab Oktober wirst du gute Erfolge haben, denn dir steht mit Jupiter und Uranus ein super Dream Team zur Seite. Im Gesundheitlichen wird 2017 ein echtes Wohlfühljahr. Doch sollte es bei dir an einigen Stellen des Körpers etwas wicken, steht Jupiter helfend parat. Es schadet aber auch nicht, auf vitaminreiche Ernährung zu achten. Dein persönlicher Engel ist Ambriel. Höre seine Botschaft. Du solltest damit aufhören, dich klein und schlecht zu machen. Du warst schon immer sehr streng zu dir und suchtest bei einem Streit die Schuld immer bei dir. Begreife endlich, du bist besser als du denkst. Macht etwas daraus. Unterstützung bekommt ihr nicht nur von den Planeten, sondern auch von den Engeln und von eurem persönlichen Engel Ambriel. Aber auch ich kann raten, wenn du mich anrufst. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Krebs. Bis dahin, alles Liebe, eure Diria.